Naja, es gibt eben Aufgaben, die sind vermeintlich leichter, es gibt Aufgaben, die vermeintlich schwerer in München. Sicherlich das schwierigste Auswärtsspiel auf dem Papier und auch bei der Form, die die Bayern jetzt in den letzten Spielen hatten. Deshalb kann man da ganz viel drüber philosophieren. Am Ende des Tages läuft es immer auf die gleiche Sache hinaus. Du musst deine Hausaufgaben machen, musst dein bestmögliches Spiel bringen. Das ist sowieso Woche für Woche unsere Aufgabe, darum kümmern wir uns. Und die Aufgabe versuchen wir immer mit den Leuten zu lösen, die dann für das Spiel zur Verfügung stehen. Von mir ist es so, dass Vögel nicht mitfahren wird nach München, Rücken macht noch ein bisschen Probleme. Aber es ist jetzt trotz alledem nichts Gravierendes, wird gegen Leipzig höchstwahrscheinlich dann auch wieder zur Verfügung stehen.